Musik Die Kamera scheint leer zu sein Hier läuft nur eine Kamera Musik 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 Das sieht doch mal hin. Wir kennen doch das! Wir kennen doch das Bild, was da passiert, oder? Also gehen wir nochmal kurz durch. Das ist gut. Also das ganze startet damit, dass der Falcon als erstes abnimmt. Der Falcon startet als erstes, so schnell wie möglich. Anschließend kommt der Hummingbird und seine Mission bis Tor. Wenn der abgerufen ist, startet das Digit. Das ist okay für mich, aber wenn du die rote Zoll übernimmst, dann bist du disqualifiziert. Der MAV-3 Judd. Der Falcon gleich auf die Startposition. Achtet beim Starten auf die rote Linie, dass wir die nicht überkreuzen. Also im Notfall wirklich übernehmen. Wir sind nicht überkreuzen. Alle Säteien für die Rote Lagerungen anbebt. Ok? Und die Rote Lagerungen anbebt. Die Rote Lagerungen anbebt. Wir haben einen schlechten Empfang von Schrauben, bei Wenden, und so rüberlaufen wollen wir uns. So what is the Pelican doing in the sky? The Pelican is in the moment, because we have to get the start procedure, but we have to deal with the aerosol. We have to deal with the aerosol. So we will do some debugging here in time, where we can get the packing back from there. Then start with the other Pelican. Then start with the other Pelican. Very good. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. We are going to start with the other Pelican. Who dropped the listening device? Was ist der Status? Der Status ist der Status? Die Frage ist der Status? Die Frage ist der Status? Und auch genau beim Pfeiler. Aber das hat er selber gemacht. Wer fliegt den Hummingbird? Ähm, wiederum ist es... Wer fliegt den Hummingbird? Ich! Dann gibt die Fahrmütung her, dann bin ich den Hummingbird. Ach, die Hummingbird, ja. Letzter Versuch für den Hummingbird. Letzter Versuch für den Hummingbird. Wie weit bist du, Lukas? Ein Auto. Ja, sollt ihr gehen? Dann los! Dann los! Warte, dann liegen los! Wir können hier gestanden. Wir können hier raus. Das ist der Wicht. Es ist der Wicht. Es ist der Wicht. Es ist der Wicht. Wir haben ihn jetzt doch nicht. Wir können hier noch mal auf den Weg gehen. Der Wicht wird Schluss. Okay. Okay, es ist der Wicht. Das ist der Wicht. Das ist der Wicht. Ich denke, wir werden den noch auf den Weg gehen. Der Wicht wird Schluss. Das ist der Wicht. Warum wartet ihr nicht auf die Staatsvergabe? Warum wartet ihr nicht auf die Staatsvergabe? Nein, nein. Das ist egal. Ich muss Michael richtig aufpassen. Das sehe ich in der Luft zu machen. Ja, ich gucke schon. Und das ist ... 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 Gateway Point. Ja. Pause. Johann, ich starte ihn doch schon. Nein, weg von den Hummingbird. Die Hande sind öfter. Die Hande sind öfter. Michael! Ja. Okay. Waypoint nach der Tür. Climbing. Second, last. Fast. 30 Sekunden. Du hast ihn. Ja. Die Hand. Der muss runter, der muss runter. Runter, runter, runter. Landen, ich lande. Verbindung ist schlecht. Verbindung ist schlecht. Hey, könnt ihr mal aus der Sichtverbindung gehen? 15 Sekunden left. So, it's fine again. It's fine to fly. Das war's. Okay, land, 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 land. 4, 3, 2, 1, stop. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. The Outland start working well. I'm happy where we are. So far. Great performance, guys. Thank you. Don't dood for theinity. Ja. they have to turn a day. Moment But that's good on the running side. Yes. Stop it. Dougal. Domestinal. I will be sharing the right direction. All of you say later, Vielen Dank.